Hallo und herzlich willkommen zu einer meiner Minecraft Tutorials. Es wird schon das zweite wichtige Tutorial, nämlich soll ich es heute um den Mokeshager-Mod geben. Einer der, so finde ich, bestgemachtesten Mods und auch einer der coolsten Mods, muss ich sagen. Also, ich bin in diesen Mod verliebt, er ist ein richtig geiler Mod. Und für jeden, der ihn nicht kennt, er soll ihn auch einfach kennenlernen, ist einfach ein Mod, der macht einfach richtig viel Spaß mit diesem Mod. Kommt einfach noch so ein bisschen mehr Leben ins Spiel, Minecraft, muss ich dir wirklich so sagen. Und der Mokeshager-Mod ändert neue Monster. Und das wären zum Beispiel Horses. Das sind hier so diese Viecher hier, Einhörner, so eine Viecher, mit denen man reiten kann, man extra Seitel greifen kann. Man kann sie tamen, also auch breeden, also sozusagen züchten und, ja, breeden, was heißt breeden? Zämen und züchten, genau, zämen und züchten. Dann gibt es Füchse, Vögel, diese hessischen Viecher, Bunnies, das werden so Wildschweine sein, Enten, Oger, die können Blocks zerschlagen. Feier-Oger, normaler Oger. Dann Geister, ich hasse diese Viecher, die erschrecken mich, wenn ihr wisst. Dann Polarbär, Wolf. Ein Bär, ein Werwolf. Die sehen tagsüber so aus und in der Nacht sehen sie dann so aus. Ähm, das sind Haie, diese Haie sind relativ bösartig und man kann die aber jetzt, ähm, also wenn man ein Hai-Eck kriegt und das aufzieht irgendwie, ähm, kann man dann so ein Hai haben, der einen beschützt. Dann Delfine, auf denen kann man reiten, die kann man tamen und so. Und, ähm, ja, dann gibt es hier Fische, von verschiedenen Arten, Biranias und sowas. Dann, große Katzen, das werden hier Löwen und auch solche Viecher und die kann man zähmen. Also wenn man eine kleine Katze findet, ähm, also eine jüngere Katze davon, äh, kann man die mit so einem Abonnent zähmen. Dann gehört die einem und dann, ja, sie freut sich, rennt einem, hilft einem. Sowas halt, wie so ein Tier, außer so ein Löwen kann man nicht zähmen. So, halt nur so eine, so eine Viecher hier, ne. Ihr wisst schon, was ich meine. Dann gibt es Rehe, die hier machen so total komische Geräusche. Dann Ratten, oh, ich hasse Ratten, die können aber mit dem Schwanz packen und dann kriegt man vielleicht Cola raus aus denen. Dann Mäuse, Mäuse und Katzen. Mit den Katzen kann man spielen, mit den Katzen kann man den US-IV machen. Das will ich jetzt eigentlich gar nicht gucken, ich gebe euch nochmal die Seite an, damit ihr euch ein bisschen was angucken könnt. Und, ähm, ja, aus dem Skin neun Monster in der 1.8 Update ist, oder einfach nur so gemacht, dass es jetzt für die 1.8 läuft. Ja, was brauchen wir für den Mod? Wir brauchen die vier Dateien. Einmal GUI-App, ähm, Audio-Mod, den Mod-Loader und die More-Creature-Mod-Aversion 1.2.1.3. Alles klar. So, dann entpacken wir die mal auf den Desktop, denn ich habe heute irgendwie Lust, das von Desktop zu entpacken. Nein, ich finde, es ist einfach übersichtlicher. Und ihr seht schon, GUI-App ist ziemlich viel. Ähm, es ist übersichtlicher, finde ich, denn... Ja, ja, ihr hört eben vielleicht im Hintergrund, der kann ich leider nicht abstellen, auch wenn der jetzt mehr anfängt rumzubrollen, dann hättest du da auf, also der merkt nicht, was er hier lauter wird. Und, ähm, ja. Jetzt das hier noch ein Packen. Wupp. Und, so. Schatz schon, das zweite Toy, ich glaube, den, ähm, Weglitz-Mod werde ich heute nicht mehr schaffen. Oder, ich weiß nicht, weil ich habe noch viel zu tun, Schule und so ein Zeug halt. Und, ähm, ja. Okay, also, ähm, vielleicht wird es auch, ich bin ein bisschen erkältet und deswegen hört sich das alles ein bisschen anders an. Ja, ähm, also jetzt hier, Windows-R drücken, dann aus dem Fensterprozent-App, da hat er Prozent eingeben. Ja, haben wir, ich rase jetzt schon wieder durch, Mensch. Dann, Punkt-Minecraft-Ordner, Bin-Ordner und öffnen die Minecraft-Jar mit Bin-Ra. So. So. Jetzt. Ähm, hier, Gui-App ziehen wir erstmal alles rein, so wie es ist. So. Rein damit. Dauert ein bisschen. So, dann, Audio-Mod. Rein damit. Mod-Loader auch rein, bitte. Könntest du da drüben mal leise sein? Ruhe. Was? Ruhe, bitte. Danke. Ähm, so, jetzt ruhig. Ähm, jetzt haben wir das reingezogen und jetzt noch den Meta-Inf-Ordner löschen, sonst gibt es ein Blackscreen. Und wenn ihr doch ein Blackscreen kriegen solltet, dann einfach mal mein Tutorial angucken, wie fixe ich Blackscreens. Ja, ich weiß, es hilft nicht bei allen, aber das ist eigentlich, es kann nur daran liegen. Dann haben wir einmal einen Mods-Ordner, den könnt ihr eigentlich so, wie er ist, rüberziehen. Dann den Resource-Ordner. Zoom, Resource, rein damit. Und könnt ihr auch gleich in Ordnung beziehen, dann integrated das da rein. Das ist ja noch ein Readme-Datei, der drin steht, wie er das macht, was es alles für neue Sachen gibt. Und einfach nochmal so eine allgemeine Info-Datei mit Update, also mit dem, was alles gefixt wurde und so weiter und so weiter und so weiter. Das ging jetzt alles hier schon wieder viel zu schnell. Und deswegen starten wir einfach mal Minecraft, um uns das Ganze anzugucken, um uns von den Eindrücken berieseln zu lassen. Und ja, jetzt habe ich hier schon wieder fünf Minuten, schon allein fürs Zeigen verballert. Dann habe ich nur noch zehn Minuten fürs In-Game zeigen. Und diese Mods, die muss man wirklich einfach, die muss man lieben lernen, sage ich mal so. So, ja, jetzt generatet sich hier das Level und wir warten. Dum dum. So, liebe Leute, da sind wir in-Game und ihr seht schon... Wui, 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 die ersten Tierchen, die richtig viele. Hier sehen wir einmal einmal Bären, auf was haben wir eigentlich gestellt? Auf welcher Schwierigkeitsstufe? Äh, normal. Mal gucken, was passiert, wenn wir rangehen in Bär. Easy. Hallo Bärli, hallo Bärli, hallo Bärli, du bist aber pummelig. Passieren wir mal auf Haar stellen, ich glaube, da werden sie ganz schnell wütend. Äh, bitte, ich habe Angst vor euch. Die brüllen ganz böse. Hallo, der Wespi... Na, ein bisschen buggy ist das noch. Wenn ihr seht, wie die Nase sich bewegt, na gut. Ja, mein Baby fährt sehr schön zur Veranschaulichung. Das sind die, so kleine Färten... Ein Pegasus, wir haben einen Pegasus gefunden, um Gottes Willen, Leute. Wir sind hier ja gleich ganz gut dabei. Wobei Pegasus sind super, super selten. Genauso wie Einhörner. Das Ding kann man dann in ein fliegendes Pegasus Einhorn machen. Mäh, bäh, so. So, ähm, ja. Wir werden uns jetzt noch ein bisschen umschauen, ein bisschen rumlaufen. Mal schauen, was wir so finden. Ich mache mal auf Schwierigkeit easy. Weil ich keine Lust habe, dass jetzt irgendwelche Viecher kommen, und ich mich einfach niedermetzeln. So, liebe Freunde, und jetzt suchen wir ein bisschen nach den Tieren. Nach den Tieren. Ah, tut mir leid, wenn der, wenn der denn hier im Hintergrund ein bisschen schreien hat. Der, ja. Ich konnte die nicht raushauen, nur deswegen. So, wo sind jetzt noch ein paar von den, unseren fluffigen Freunden? Da sind wieder zwei Bären. Da sind wieder Pferde. Ja, ich glaube, wir laufen ja von der Tieren. Was weg ist das hier? Ach, das ist auch noch ein Bär. Schade. Sah so ein bisschen cool aus. Da ist ein kleines Pferd. Mensch, die sind also verlockt. Ach, vielleicht können wir uns mal die Tiere im Wasser angucken. Bestimmt auch cool. Aber ich finde sie scheiße. Die sind komisch. So, es gibt auch mal die Pferde, die kann man nur, also, züchten. Wir suchen ja mal ein bisschen. Es gibt auch mal die Tiere, die findet man jetzt nicht so einfach. Die sind ziemlich selten. Und, ähm, ja. Das sind viele Pferde. Also, ich finde, Pferde sind hier ein bisschen viele. Kann das sein? Weil im alten Spiel waren die eher so selten. Hier haben wir eine Binomgrenze. Wenn ihr mal so seht. Oh, Biomgrenze, nicht Binom. Ich habe mal ein Binom. Das heißt Biom. Mensch. Hast du schon gelernt, Alter? So, äh, ja. Hab ich. Und, ähm, jetzt suchen wir hier weiter. Und wir suchen, und wir suchen, und wir suchen. Wir finden keine Tiere. La, 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 la. Ist das nicht schön. Ja, hier gibt's gerade irgendwie keine Tierchen. Mist. Egal. Hauptsache, wir haben Spaß. Na ja, der Berg sieht ja auch ein bisschen gepackt aus, da. Und wieso, zum Zweifel sind ja keine Tiere. In der Wüste sind doch auch welche. Skorpione und so ein Zeug. So ein Zeug. Keine Oase. Nein. Ähm, ja, vielleicht laufen wir mal wieder ins Grüne. Ist ein bisschen blöd hier, dass wir so wenig Monster finden. Na gut. Kann man jetzt auch nichts machen. Ich hab schon mal zum Anfang einen Pegasus gefunden. Das ist auch schon mal, das ist auch schon mal hier, tausend Geld wert. Ne, liebe Freunde, wisst ihr, was ich meine? Da will ich jetzt nicht rein. Kommt mir wirklich geistert wieder entgegen, da hab ich Angst vor. Dann haut es dann immer nur und dann ist man tot. So einfach geht das. Hallo Tierlees. Kommt ihr mal raus. Der Aufgedockter ist da. Hallo? Hallo? Ja, gruselige Höhlen, gruselige Höhlen, gruselige Höhlen. Ein Fluss. Wir folgen dem Fluss. Tralalalalala. Ah, können wir mal gucken. Hier bei Options of Global Mod Settings. Docks or Sargs, Creators or Chasmods. Jetzt kann man hier die Spawn- ähm, Lettings, Dings einstellen. Target, Horses. Also ob Horses angerriffen, griffen werden. Target, Dogs. Ich weiß nicht, was Dogs sind Hunde. Ach, Hunde, ja. Ja, hier kann man alles einstellen. Animals, wie oft die Spar- äh, ähm, spawnen sollen. Dann Easy Breed, ähm, ob man die einfach zählen kann oder nicht. Und weiter und so fort. Ich finde keine Haie, Mensch. Sonst ist man ins Wasser gegangen und wurde von Haien getötet. Und jetzt muss man die Viecher hier verkrampft suchen. Ich verstehe nicht, warum habt ihr gewonnen jetzt? So, und jetzt sind sie, der brüllt hier wiederum. Das bei mir ist laut fest, ich weiß nicht, ob es in der Aufnahme ist auch lautes, weil mein Mikro weg von ihm gerichtet ist. Autsch. Da ist ein Wildschwein, da sind immer Wildschweine, die braunen dicken Viecher da. Und warum zum Teil, weil das hier keine Tiere drin sind. Man möchte meinen, dass in so einem gigantischen See auch mal Haie sein könnte oder Delfin oder so. Also, also im anderen, also in der 1.7, im Dings, da gab es da schon in ganz, ganz kleinen Seen, also in irgendwelchen Pfützen, schwammen da ein Haie rum. Das sah manchmal sehr ulkig aus. Warte, 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 ich noch nicht. Warte, jetzt gleich. Ich freue mich richtig, dass der Mod wieder raus ist, ja. Der bringt so ein bisschen Leben, ja, ich weiß, jetzt hier hat kein Leben, aber sonst bringt der das Leben ins Geschehen, ne. Mensch, 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 Mensch. Wo sind denn hier die Monster? Kann man denn hier Haie finden oder Delfine oder Ogre? Also im Let's Play, in meinem letzten, hab ich so viele? Hallo? Ich hör Matten. Ratten. Ratte, wo bist du? Ratte. Ratti. Trudelidu. Ach, vielleicht unter uns. Irgendwo. Wer weiß. So, und jetzt sind wir hier wieder an so einem ollen Fluss und an einem Meer. Haha. Was ist das, eine Spinne? Auch wie langweilig. Ich dachte, irgendwas Interessantes. Ein Hühnchen und weit und breit keine Fische. Ähm, ja. Minecraft, ich hasse deine Musik. Och, die macht mich, statt, äh, statt mich zu beruhigen, macht die mich aggressiv. Ich muss es hier echt so sagen. Da ist eine Ente. Hallo Ente. Aus dir mache ich ganz lecker Hähnchen. Nein, äh, Hähnchen. Ich meine hier so, kennt doch alles, so asiatische Gerichte. Jietamesisch, so, ne. Da. Pekingente, so, ne. Das ist jetzt, ach, ich sag das nicht so gern. Ähm. So, da drüben sind wieder nur Bären. Da waren wir vielleicht vor uns schon. Nur so Pferde. Na gut, liebe Leute. Äh, ich werde mal sagen, ich werde jetzt mich an dieser Stelle dann hier, wenn ich da hinten nochmal ein bisschen geguckt habe, verabschieden. Ich finde, dass hier nicht so viele Monster ist jetzt auch jetzt nicht so schlimm, denn ihr werdet selber sehen, dass dieser Mod so viele Vorteile mit sich bringt. So viele lustige Sachen. Und auch so viele, auch, ähm, ja, neue Innovationen mit sich bringt, wie das Mannschaft noch ein bisschen mal Leben reinbringt. Wenn einem langweilig ist, man denkt, man kann nichts mehr machen, dann ist dieser Mod, genau das richtige, auch die anderen Mods, die ich gerade vorstelle. Das ist eigentlich mehr der Flamesplanes Mod und der Vehicles Mod. Nein, ich hab Bären gegriffen. Und ihr seht, mit dem Bären ist nicht zu spaßen. Der ist schnell, aber ist noch... Guck euch mal das Gesicht an, das ist total verpackt. Verrecke, verrecke, verrecke. Ich hab Angst. Bisschen abartig stark, jetzt. Und man kriegt einen Fusch raus. Also, dass man dafür so viel XP kriegt, das finde ich jetzt auch ein bisschen unfair. Ein schwarzes Pferd, es gibt unterschiedliche Farben von Pferden und... Ach, das soll es jetzt hier gewesen sein, liebe Freunde an der Stelle. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Tutorial hat euch geholfen. Ihr werdet euch diesen Mod reinhauen. Und dann, ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.